Babypuppen Hallo meine lieben Freunde, ich bin die Irene. Hört ihr das? Ich glaube Annabelle weint. Annabelle, was ist denn los? Was ist denn passiert? Wieso weinst du? Komm her, komm her. Soll ich dich ein bisschen halten? No, Annabelle, was ist denn los? Hast du vielleicht Hunger? Peppa, Peppa, bring mal das Fläschchen. Soll ich dich um, was ist das? Halt er da, Heitschchen? Shenker! Wirklich? Für mich ist es für mich ein bisschen schwer. Es ist das Biste. Du hast es weiß. Soll ich mich für dich ein bisschen stehlend? Wie soll es sein? Wie soll es sein? Ein bisschen vieles, wie soll ich schützlos? Lina! Lina! Das Fläschchen ist fertig. Ich komme. Danke, Pepper. Danke. Na, Annabelle, komm her. Hier, Annabelle. Hier hast du dein Fläschchen. Na, komm schon. Sie scheint nicht hungrig zu sein. Vielleicht ist es die Windel. Komm mal her. Komm mal her. Die Windel ist aber auch trocken. Na, was ist denn los? Willst du denn vielleicht ein Spielzeug? Ach, Memo, ich verstehe gar nicht. Was für ein schönes Wetter. Ich will spazieren gehen. Ich auch. Wieso hast du das denn nicht gleich gesagt? Ich dachte, dass wir von selbst rauskommen. Von selbst? Ja, dann lasst uns spazieren gehen. Hier kommt der Kinderwagen. Wir werden ihn vorbereiten und damit dann spazieren gehen. Schaut mal, Annabelle, Pepper. Das hier ist so eine Art Sonnenschutz. Große Räder, dass wir auch überall durchkommen. Hier in diese Tasche kommen die Windeln. Willst du das weich dort sein? Ja, natürlich. Dafür legen wir jetzt zwei Kissen rein. Und eine weiche Decke. Das klappen wir auf. Und legen die Decke rein. Und wieder zu. Voila. Und Annabelles Fläschchen nicht vergessen. Das Wetter ist so schön heute. Annabelle, willst du vielleicht ein schönes Kleid anziehen? Ja. Obwohl die Sonne so schön scheint, ist es aber noch recht kühl. Deshalb ist es besser, wenn wir das Kleid das nächste Mal anziehen. Und dieses Mal erst mal die Mütze. So. Das warme Mützchen. So. Tada. Hopp. Schau mal, so hübsch bist du jetzt. Sag mal, welches Spielzeug willst du denn mitnehmen? Wir haben einen Delfin und eine Giraffe. Hm? Ich will beide. Ah, du willst beide? Dann nehmen wir beide. Komm. So. Jetzt schlüpfst du hier rein. So. Dass du auch alles schön siehst. Pepper, na? Nimmst du noch eine Jacke mit? Nee, brauch ich nicht. Hast du die Windeln mitgenommen? Natürlich habe ich sie mitgenommen. Jetzt noch Annabelles Schnuller. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Brrrr, brrrr, brrrr. Ja, ja, spazieren geht's, spazieren. So. Auf geht's. Auf geht's. So schön das Wetter. Und. 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 Los geht's. Und das kann der Delfin an den Schwannen. Brrrr. Brrrr. Und ihr? Geht ihr gerne spazieren? Schreibt mir das in den Kommentaren. Ansonsten, man sieht sich. Tschüss. Brrrr, 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 brrrr.